hallo danke für euren support freut uns mega und darauf gönne ich mir mal wieder einen neuen skin dieses mal ist groß maul dran ich finde ihn mega cool deswegen holen wir mal und seinen mit groß maul ich finde ihn sehr cool wie gesagt ja hier auch die würmer dann auch bei giftig hier sind dann natürlich auch speckling mit den fröschen bei den fröschen finde ich cool blauen frösche sind wirklich giftig deswegen haben die wahrscheinlich auch genommen ich finde es auf jeden fall mega cool genau bei dem ist auch der vorderer frosch blauen ich finde ihn cool und ich würde sagen bis dann